Es gibt heute keinen Grund mehr, nicht gerne zum Zahnarzt zu gehen. Ein gutes Gefühl haben hier die Patienten schon seit 1973. Makellose Zähne sind Sinnbild für Gesundheit und Schönheit und versprechen mehr Selbstbewusstsein und Lebensqualität. Dabei steht Ihnen die Zahnarztpraxis Wenke als kompetenter Gesundheitsberater zur Seite. Das erfahrene Team aus mehreren Ärzten und Assistentinnen begleitet die Patienten teilweise schon seit fast 40 Jahren. Nähe und Vertrauen als Basis in Verbindung mit Kompetenz und Perfektion sind das Erfolgsrezept der Zahnarztpraxis Wenke. Das umfassende Leistungsspektrum der Praxis reicht von der einfachen Schulung zur korrekten Zahnreinigung über die professionelle und moderne Implantologie-Technik bis hin zur fachmännischen dentalen Chirurgie und erfüllt somit jeden Wunsch an Ihre Gesundheit, Ästhetik und Lebensqualität. Das Prädikat, abdruckfreie Praxis, schätzen unsere Patienten mit Inlays oder Kronen besonders. Kontaktlos werden die Zähne gescannt und Silikonabdrücke, Provisorien und lange Anpasszeiten gehören der Vergangenheit an. Während computergestützt und automatisiert der Zahnersatz aus Hochleistungskeramik präzise gefertigt wird, kann der Patient die kurze Wartezeit mit einem Kaffee überbrücken. Fertig und sofort einsetzbar. Service, der sich auszahlt. Ob jung, ob alt, ob Kassen oder Privatpatient. Ihre individuelle Behandlung in familiärer Atmosphäre ist unsere Aufgabe. Rufen Sie uns an. Wir freuen uns, Sie schon bald bei uns begrüßen zu dürfen. Rufen Sie uns, Sie schon bald bei uns begrüßen zu dürfen.